Alles begann vor fünf Jahren in der Uni mit einer einfachen, aber mächtigen Frage. Wie denken erfolgreiche Menschen über Erfolg? Wir haben uns auf den Weg gemacht und hunderte erfolgreiche CEOs, DAX-Vorstände, Start-up-Gründer und Wissenschaftler immer und immer wieder gefragt, sind Karrieren wirklich planbar? Sind es die besten Ideen, die sich durchsetzen oder kommt es doch aufs Netzwerk an? Wie entstehen diese Netzwerke? Die Antwort? Wie entstehen diese Netzwerke?